In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Griff Ihres Pizzaofens montieren können. Führen Sie die Schrauben durch die vorgesehenen Öffnungen in der Tür und schrauben Sie damit den Griff fest. Achten Sie dabei darauf, dass Sie diese nicht zu fest ziehen, um eine Beschädigung der Tür zu vermeiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020